Was denkst du? Wie entsteht Krankheit? Ist Krankheit etwas, das von außen auf uns zukommt? Müssen wir uns mit allen möglichen Dingen dagegen wehren? Und wie entsteht Gesundheit? In diesem Video zeige ich dir eine kurzweilige, sehr interessante Filmdokumentation, eine Studie, wo du siehst, wie entsteht Krankheit? Unter welchen Umständen fühlt sich Krankheit in deinem Körper sehr, sehr wohl? Und warum breitet sie sich aus? Und unter welchen Umständen fühlt sie sich überhaupt nicht wohl und verschwindet einfach? Ich wünsche dir viel lehrreiche Impulse für deine persönliche Gesundheit. Bakterien und Viren sind nützlich. Mikroben sind keine Feinde des Menschen, sondern Symbionten, also Lebenseinheiten, die zu gegenseitigem Nutzen mit dem Menschen zusammenleben und sinnvolle Aufgaben erfüllen. Seit 20 Jahren studierte amerikanische Mikrobiologe und Biochemiker Dr. Robert O. Young das Verhalten menschlicher Zellen. Seine Beobachtungen sind faszinierend. Er entdeckte beispielsweise eine Antraxbakterie im Blut eines Menschen, die sich vor seinen Augen in eine gewöhnliche rote Blutzelle verwandelte und nach einiger Zeit wieder zurück in eine Antraxbakterie, je nach Zustand des sie umgebenden Milieus. Was bedeutet das? Wer das Milieu beeinflussen kann, der kann bewusst zwischen Krankheit und Gesundheit wählen. Jeder kann das Milieu seines Körpers in jedem Augenblick selbst beeinflussen. Jeder ist folglich selbst verantwortlich für seine Krankheiten oder für seine Gesundheit. Eine Antraxbakterie ist gemeinhin als Erreger der Infektionskrankheit namens Milzbrand bekannt. Wieso sollte sich der Antraxbacillus, der Mensch und Tier nur Übles will, das sagt man ihm zumindest nach, in eine gewöhnliche rote Blutzelle verwandeln? In eine rote Blutzelle, die den Körper des Menschen am Leben erhält, seinen Organen Sauerstoff bringt und hilft, gesunde Organzellen aufzubauen? Einen größeren Widerspruch gibt es kaum. Als Dr. Young diesen Widerspruch in 20.000-facher Vergrößerung mit eigenen Augen beobachtete, wusste er, dass er das, was er da sah, als Mikrobiologe nicht glauben durfte. Die offizielle Lehrmeinung bezeichnet Bakterien als eigenständige, spezifische Lebewesen, wie zum Beispiel einen Hund oder eine Katze. Ein Hund verwandelt sich aber nicht heute in ein Kaninchen, morgen in ein Rebhuhn und übermorgen wieder in einen Hund zurück. Genauso wenig darf eine Bakterie jetzt Bakterie und in wenigen Augenblicken eine rote Blutzelle sein. Offenbar kümmern sich aber weder Bakterien noch rote Blutzellen um diese Lehrmeinung und verändern sich. Dr. Robert Young bestätigt heute das, was Wissenschaftler wie Prof. Dr. Antoine Béchamp schon vor über 100 Jahren wussten. Krankheit kommt nicht von außen, sondern aus uns selbst, aus unserem eigenen Blut, wenn das Milieu nicht stimmt. Die Unsterblichkeit Bereits im 19. Jahrhundert beobachtete der französische Wissenschaftler, Mikrobiologe und Arzt Prof. Dr. Antoine Béchamp 1816 bis 1908 innerhalb von Zellen kleine, runde, körnige Körperchen, die im Licht glitzerten. Mikrozüme nannte Dr. Béchamp jene unzerstörbaren Körnchen, die er in allen lebenden Zellen fand. Der Forscher Gaston Nessence nannte sie in den 50er Jahren Somatide. Der deutsche Biophysiker Dr. Fritz Albert Popp machte die Somatide unter dem Namen Bio-Photonen bekannt. Dr. Popp geht davon aus, dass die Bio-Photonen Teil eines Energiefeldes sind, das unseren gesamten Körper umgibt. Sie steuern sämtliche Lebensvorgänge dadurch, dass sie Informationen von Zelle zu Zelle durch den ganzen Organismus schicken. In jeder der 70 Billionen Zellen unseres Körpers laufen pro Sekunde ca. 30.000 bis 100.000 chemische Reaktionen ab. Die Schulmedizin geht bislang davon aus, dass diese Vorgänge biochemisch gesteuert sind. Die Bio-Photonen-Forscher dagegen sagen, dass biochemische Prozesse viel zu langsam abliefen und dass es Bio-Photonen seien, die unseren gesamten Stoffwechsel steuerten. Er fand sie sowohl in allen lebenden Zellen als auch in der freien Blutbahn. Was war deren Aufgabe? Er fand heraus, dass sie mit Hilfe von Gärung Energie produzieren. Diese kleinen Körperchen strotzten nur so vor Energie. Er nannte sie Mikrozyme. Dr. Pichon stellte fest, dass diese Mikrozyme die Hauptbestandteile des Erbmaterials herstellten, die sogenannten Nukleinsäuren. Er experimentierte weiter und entdeckte dabei die Unsterblichkeit. Bei dem Versuch, Mikrozyme zu töten, erwiesen sie sich als unzerstörbar. Die Zelle selbst konnte man zwar zerstören, doch die Mikrozyme waren unsterblich. Es handelt sich somit um die kleinste, bekannte Form des Lebens schlechthin. Um den Ursprung, aus dem alles Leben auf materieller Ebene entsteht und wohin alles Leben auf materieller Ebene irgendwann wieder geht. Blutzellen verwandeln sich in Bakterien, Viren und in Pilze. Genau wie Dr. Young in der Neuzeit sah auch Pichon schon vor 150 Jahren Kurioses unter seinem Mikroskop, und viele seiner Anhänger ebenfalls, nämlich wie sich eine Blutzelle in eine Bakterie verwandelte und umgekehrt. Pichon beobachtete, wie Mikrozyme aus sterbenden Zellen entwichen. Dann schlossen sie sich zusammen und wurden zu Bakterien oder Viren. Er sah, wie sich Viren in andere Viren verwandelten, wie Viren zu Bakterien, Bakterien zu Hefen und wie aus Hefen Schimmelpilze entstanden. Dieser Prozess funktionierte auch in die andere Richtung. Pilze, Hefen, Bakterien und Viren konnten genauso wieder verschwinden, dann zu Mikrozymen und letztendlich wieder zu ganz normalen Körperzellen werden. Diese Fähigkeit von Mikroorganismen zur Weiterentwicklung, zur Veränderung ihrer Form und ihrer Funktion je nach Umgebung bzw. Bedarf, nennt man Pleomorphismus. Krankheitserreger entstehen aus unseren eigenen Zellen. Was aber bedeutet das? Es bedeutet, dass Bakterien und andere Mikroorganismen nicht von außen in unsere Körper eindringen und uns daraufhin krank machen. Wir selbst produzieren all die kleinen Gestalten, vor denen sich viele Zeitgenossen so sehr fürchten, in unseren eigenen Zellen. Wir selbst produzieren unsere Krankheiten und Symptome. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn unser Körper, wenn wir selbst sogenannte Krankheitserreger produzieren, können wir dann auf diesen Prozess Einfluss ausüben? Können wir die Bildung von Bakterien und Viren verhindern? Können wir unseren eigenen Gesundheits- oder Krankheitszustand steuern? Aufs Milieu kommt's an. Unsere Zellen bzw. die Mikrozyme bilden nur und ausschließlich dann Bakterien und Viren, wenn im Körper das für sie passende Milieu herrscht. Wenn sich in Ihrem Hause Mäuse tummeln, dann nur, wenn es bei Ihnen genügend Futter gibt, z.B. leicht erreichbare Vorräte. Wenn bei Ihnen also das Milieu mäusegerecht ist. Ihr Haus kann eine Million Mäuseeingänge besitzen, doch wird sich keine einzige Maus blicken lassen, wenn keine leicht erreichbaren Vorräte, Getreide, Nüsse oder ähnliches, zu finden sind. Den Tierchen also das Milieu in Ihrem Haus nicht zusagt. Säuren sind Virenfutter. Ebenso verhält es sich in unserem Körper. Wenn dort Futter für Bakterien und Viren vorhanden ist, dann erscheinen auch Bakterien und Viren. Was aber ist Bakterien- und Virenfutter? Säuren. Wenn im Körper saures Milieu herrscht, dann erscheinen Bakterien und Viren. Säuren sind einerseits tödlich für unseren Organismus, andererseits Futter für Mikroorganismen. Wenn Bakterien und Viren aber das fressen, was andernfalls für unseren Organismus tödlich wäre, was ist dann von Bakterien und Viren zu halten? Würden Sie den Kripobeamten verhaften lassen, bloß weil er überall dort auftaucht, wo Mord und Totschlag grassieren? Bakterien und Viren sind nützlich. Mikroben sind keine Feinde des Menschen, sondern Symbionten, also Lebenseinheiten, die zu gegenseitigem Nutzen mit dem Menschen zusammenleben und sinnvolle Aufgaben erfüllen. Ihre natürliche Existenz ist also in jedem Fall sinnvoll. Ausnahmen sind aggressive oder mutierte Krankenhauskeime, genmanipulierte oder künstlich eingebrachte Mikroben aus gänzlich anderen Milieus, zum Beispiel aus dem Weltraum oder aus fernen Kontinenten oder ähnliches. Dr. Antoine Béchamp beschrieb diese Tatsache mit dem alles erklärenden Satz Ist das Milieu mit Säuren überladen und die Gesundheit des Körpers steht auf dem Spiel, dann verwandeln sich die Mikrozyme in Bakterien, Pilze oder Viren, je nachdem, was dem Körper in der aktuellen Situation am günstigsten erscheint. Die entstandenen Mikroorganismen machen sich sofort an die Arbeit und befreien den Körper vom vorhandenen schädlichen Material, den Säuren. Die Symptome, welche diesen Reinigungsprozess begleiten, werden jetzt von der Schulmedizin als Krankheit definiert. Sobald die Bakterien, Pilze oder Viren ihre Arbeit verrichtet haben, verwandeln sie sich automatisch wieder zurück in Mikrozyme. Der Heilprozess wäre jetzt beendet, wenn nicht ständig neue Säuren im Körper eintreffen, wie das heute normalerweise der Fall ist. Überflüssige und schädliche Eingriffe der Schulmedizin Krankheit ist demnach nicht behandlungsbedürftig, zumindest nicht schulmedizinisch. Krankheit ist die Methode des Körpers, sich von einem übersäuerten Milieu zu befreien. Krankheit ist aus naturheilkundlicher Sicht immer der Versuch des Körpers, sich selbst in Ordnung zu bringen. Was aber machen schulmedizinische Therapien? Was tun Antibiotika mit Mikroorganismen? Also mit der Selbstschutzmaßnahme des Körpers. Sie zerstören sie. Sie machen die Bemühungen des Körpers, sich selbst zu heilen, zunichte, während die für das Körpergewebe tödlichen Säuren nach wie vor im Körper verbleiben. Die Schulmedizin schleift die Helfer zum Schafott und die eigentlichen Mörder, die Säuren aber, lässt sie laufen. Übersäuerung ist völlig normal. Nun ist Übersäuerung laut Dr. Young an und für sich nichts Unnatürliches, ja sogar völlig normal, beim Leichnam. In toten Körpern gibt es keinen Sauerstoff mehr. Das führt zu einer starken Übersäuerung, die Mikroorganismen anlocken soll. Ein toter Körper soll ja möglichst rasch wieder zu Staub werden. Mit Hilfe vieler selbstproduzierter Mikroorganismen fault, gärt und schimmelt der Leichnam. Er verwest. Ein lebender Mensch legt darauf aber in den meisten Fällen keinen Wert. Er will leben und nicht zu einem Haufen guter Gartenerde werden. Solange er aber Säuren im Körper hat und sich dieselben höchstpersönlich täglich vorsätzlich zuführt, befinden sich seine Zellen und Mikroorganismen im Zwiespalt. Sie wissen nicht so recht, was der Mensch denn jetzt eigentlich will. Will er verwesen oder leben? Bei der heutigen Lebensweise die permanent Säuren mit der Nahrung in den Körper bringt, können Bakterien und Viren niemals ihre Arbeit einstellen. Wenn Sie eine Mäuseplage haben, legen Sie dann unentwegt frische Käsestücke aus und wundern sich, warum die Mäusefamilie immer zahlreicher wird? Dr. Young beschreibt den Zustand, in dem sich die meisten lebenden Menschen befinden, so. Der Körper verfault innerlich, ergärt, erschimmelt. Suchen Sie sich was aus. Wenn keine Säuren vorhanden sind, erscheinen auch keine Bakterien und Viren. Sie würden ja sonst verhungern. Also, was können wir tun, um zu leben und um nicht zu verwesen? Die Lösung ist längst bekannt. Bestehende Säuren und alte Schlacken müssen raus. Vorwiegend basenbildende Kost sowie basenbildende positive Gedanken dürfen herein. Noch einmal, Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Pilze, Schimmelpilze sind das Ergebnis von Krankheit, nämlich einem durch unterschiedlichste Ursachen übersäuerten inneren Milieu, nicht deren Ursache. Krebs Ist Krebs dann auch nur ein Säureproblem? Für Dr. Young sehr wohl. Er sagt, Krebsgewebe könne sich erstens ausschließlich in saurem Milieu halten und zweitens seien Krebstumoren nichts anderes als reine Säuren bzw. ehemalige Zellen, die von Säuren vergiftet wurden und daraufhin starben. Übrig blieben nur noch Säuren. Alkalisiere man den Körper, dann entziehe man dem Krebs all seine Existenzmöglichkeiten. Allerdings sollten wir uns bewusst machen, dass Tumore nicht das Problem sind, sie sind die vorübergehende Lösung eines Körpers, der alles versucht, sich vor Übersäuerung und dem dadurch drohenden Tode zu retten. Um gesunde Zellen und gesundes Gewebe vor übersäuerten und sterbenden Zellen zu schützen, müssten die sterbenden Zellen also von den gesunden getrennt werden und würden daher eingekapselt. Ein Tumor entsteht. Also sei ein Tumor nichts anderes als das Ergebnis eines körpereigenen Schutzmechanismus. Wo der Tumor letztlich erscheine, hängt laut Dr. Young davon ab, wo die schwächste Stelle im individuellen Organismus sei. Metastasen entstehen deshalb, weil übersäuerte Zellen gesunde Zellen verderben können. So wie oft ein einziger fauler Apfel in der Kiste genügt, um sämtliche anderen ursprünglich gesunden Äpfel ebenfalls faulen zu lassen. Was ist demnach zu tun? Wir selbst zwingen unsere Körper dazu, Tumore zu bilden. Hören wir einfach damit auf. Wir selbst können unseren Körpern wieder die ursprüngliche Selbstheilungskraft geben, um die Entstehung von Tumoren zu verhindern oder um entstandene Tumore in nichts aufzulösen. Indem wir unseren Körpern nicht mehr vergiften, indem wir ihn alkalisieren und energetisieren. Der menschliche Körper ist von Natur aus alkalisch und funktioniert nur im alkalischen Milieu. Krebs ist demnach nichts, was wir schicksalsergeben akzeptieren müssen, wir machen ihn uns selbst. Krebs und alle anderen Krankheiten entstehen als logische Konsequenz dessen, was wir tagtäglich essen, trinken und vor allem denken, als Folge einer naturwidrigen Lebensweise. Hautkrebs Auch Hautkrebs beziehungsweise das, was als solcher bezeichnet wird, gedeiht nur auf saurer Haut. Die Sonne reagiert mit den Säuren in dieser kranken Haut. Wenn keine Säuren vorhanden sind, entsteht auch kein Hautkrebs. Normalerweise ist gesunde Haut alkalisch. Eine solche Haut ist wie eine Solarzelle. Sie will die elektrische Energie der Sonne in sich aufsaugen und speichern. Licht ist Energie fürs Leben. Möchten Sie Ihre eigenen Solarzellen, Ihren Energiegenerator mit Cremes blockieren? Anstatt Sonnenschutzmittel zu verwenden, wäre es demnach ratsamer, die Haut wieder alkalischer werden zu lassen. Übergewicht Wenn Säuren im Körper sind, muss eine Unmenge an Wasser zurückgehalten werden, um die Säuren so zu verdünnen, dass sie dem Körper nicht schaden können. Dann sieht man plötzlich unförmig und dick aus. Zusätzlich bildet der Körper Cholesterin, um die Zellen vor Säureabfall zu schützen. Was tun wir also, wenn wir hohe Cholesterinwerte loswerden wollen, wenn wir gleichzeitig Gewicht verlieren wollen? Wir behandeln weder die Cholesterinwerte, noch schlucken wir appetithemmende Pillen. Wir ändern einfach unser Körpermilieu, indem wir Basen zuführen und Säuren reduzieren bzw. ausscheiden. Dann sind im Nu die Cholesterinwerte wieder gut und wir selbst schlank und rank. Eine Behandlungsmethode für alles Diese Behandlungsmethode gilt für alle Symptome und Krankheiten gleichermaßen. Ob Bluthochdruck, Diabetes, Rücken- oder Zahnschmerzen, Morbus XY oder XY-Syndrom, ändern Sie zuerst konsequent das Milieu Ihres Körpers. Wenn Sie aus Eis Wasser machen wollen, dann nehmen Sie es aus dem Gefrierschrank, damit es in wärmerer Umgebung schmelzen kann. Denn selbst wenn Sie sich mit dem Eispickel in den Gefrierschrank setzen und auf Ihren Eiswürfel wie wild einschlagen, er wird vielleicht zu kleinen Eiskörnchen, aber solange das Milieu aus eisigen Temperaturen besteht, werden daraus niemals die erwünschten Wassertröpfchen. Führen Sie dem Körper vermehrt alkalische Stoffe zu, energetisieren Sie ihn. Er wird dann wieder in der Lage sein, zu tun, was er tun soll, nämlich sich selbst zu heilen. Antoine Béchamp Forschungsergebnisse liegen wohlbehütet in den Katakomben der New Yorker Universität, wo keiner sie einsehen kann. Béchamp, Name, soll sogar heimlich aus der medizinischen Fachliteratur entfernt worden sein. Von Louis Pasteur 1822 bis 1895 hingegen hört und liest man regelmäßig. Die beiden Herren waren Zeitgenossen. Als Wissenschaftler waren sie völlig geteilter Meinung. Während Béchamp die Lehre des beschriebenen Pleomorphismus vertrat und damit keineswegs allein stand, verkündete Pasteur beharrlich das Gegenteil, nämlich seine sogenannte Erregertheorie. Eine Theorie, der zufolge krankheitserregende Keime und Mikroorganismen wild und bedrohlich durch die Lüfte schwirren, völlig grundlos und unvorhersehbar mal diesen, mal jenen befallen und durch schärfste Maßnahmen bekämpft werden müssen. Eine Theorie, die das wackelige Fundament unserer heutigen Schulmedizin bildet. Wahr ist, was Profit bringt. Pasteur konnte seinerzeit seine auch Luftkeimtheorie genannte Ansicht deshalb durchsetzen, weil er, im Gegensatz zu Antoine Béchamp, Verbindungen zu einflussreichen Kreisen pflegte. Zu Kreisen, die rasch erkannten, dass aus Pasteurs Theorie ein unsterblicher, nie lahmender Goldesel zu machen war. Und so wird die Zahl der angeblich existierenden und krankheitserregenden Mikroorganismen täglich größer. Gleichzeitig wachsen die Ängste in der Bevölkerung. Immer mehr Medikamente können auf den Markt geworfen und gewinnbringend verkauft werden. Das alles wäre mit Béchamp-Theorie nicht möglich gewesen. Hätte er sich damals durchzusetzen vermocht, gäbe es heute keine Pharmaindustrie und nicht an jeder Ecke einen im Grunde hilflos behandelten, aber niemals wirklich helfenden, geschweige denn heilenden Schulmediziner. Krankenhäuser sind Mikroben-Zuchtanlagen. In diesem Zusammenhang ist die heutige Sitte interessant, sich bei Krankheit in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus zu begeben. Wenn man ein Anhänger der Erreger-Theorie nach Pasteur ist, also glaubt, Krankheit käme von außen, dann geht man doch nicht, wenn man sich sowieso schon schlecht fühlt, ausgerechnet an Orte, wo es automatisch durch all die dort anwesenden Kranken massenhafte Ansammlungen der aller fürchterlichen Krankheitserreger geben muss. Nirgendwo kann die Chance, richtig krank zu werden, größer sein als an diesen Plätzen. Und dennoch suchen im Krankheitsfalle und manchmal sogar rein prophylaktisch fast alle eben jene Orte auf, die gemäß der Erreger-Theorie die reinsten Mikroben Zuchtanlagen sind. Dr. Yang sagte, Kann der Rauch einer abgefeuerten Waffe jemanden töten? Nein. Im Grunde kann auch die Kugel an sich niemanden töten. Der Mörder ist weder der Rauch noch die Kugel, also die Mikroben, sondern der Besitzer des Fingers am Abzug. Die falsche Lebensweise. Die Lebensweise schafft das falsche innere Milieu und löst damit Krankheit und vorzeitigen Tod aus. Mikroorganismen, egal welchen Namen sie tragen, sind die Folge einer falschen Lebensweise. Wer seinen eigenen Körper misshandelt, dessen wirkliche Bedürfnisse ignoriert und lediglich nach der Befriedigung seiner ihn irreleitenden Geschmacksnerven giert, der Werbung glaubt und nicht nachdenkt, sondern nachmacht, der wird krank. Sogenannte Alterserscheinungen sind in Wirklichkeit nichts als Ablagerungen, also Müll der täglichen Nahrung, der täglichen Sorgen, die sie ihrem Körper aufbürden und die er nicht schnell genug ausscheiden konnte. Stattdessen lagerte er sie ein. Besonders deutlich wird dies bei sämtlichen Symptomen des rheumatischen Formenspektrums, Arthrose, Arthritis, Weichteilrheuma, Gicht und vieles mehr. Wo eine Krankheit letztlich ausbricht, hängt im Großen und Ganzen davon ab, wo sie persönlich ihre ganz persönliche Schwachstelle haben. So werden auch nicht Krankheiten vererbt, sondern Schwachstellen. Pflegen sie ihren Körper jedoch gut, dann werden sie ihre Schwachstellen vermeintlich niemals kennenlernen. Noch eine Lüge der Schulmedizin. Bevor ich nun zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich Ihnen noch eine andere Sensation mitteilen. Eine Sensation, die der Mikrobiologe und Ernährungswissenschaftler Robert O. Young aufgrund seiner Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des körpereigenen Säurebasengleichgewichts unter anderem im Zusammenhang mit Diabetes und Krebserkrankungen sowie AIDS erfuhr. Zitat Blut wird im Knochenmark gebildet. So lautet die aktuell gültige Lehrmeinung in Medizinerkreisen. Der Mikrobiologe Robert O. Young fand jedoch heraus, dass die zentrale Blutbildungsstätte in einem gesunden Organismus die Dünndarmschleimhaut ist. Unter normalen Umständen bilden die Zellen des Dünndarms drei bis vier Millionen neue Blutzellen pro Sekunde. Aus diesen Blutzellen werden daraufhin alle anderen Körperzellen gebildet. Im alleräußersten Notfall können sich Körperzellen wieder zurück in Blutzellen verwandeln. Solch ein Notfall tritt ein, wenn die Zellen der Dünndarmschleimhaut plötzlich ihre Aufgabe der Blutbildung nicht mehr erfüllen können. Das ist dann der Fall, wenn der Mensch krank ist, unter Nährstoffmangel oder Hunger leidet oder wenn die Zellen des Dünndarms von verhärteten Ablagerungen erstickt werden und verstopft sind. Jetzt werden Körperzellen abgebaut, damit wenigstens die minimale Menge an Blutzellen durch den Körper zirkulieren und somit den Sauerstoff und Energietransport zu den Organen aufrechterhalten kann. Da Mediziner diesen Vorgang bei fast allen Menschen beobachten, stellten sie demnach ihre Regel auf, Blut wird im Knochenmark gebildet. Diese Regel gilt aber nur für einen kranken Körper, für einen Körper, der sich in einem Zustand des Niedergangs, des Abbaus und kurz vor dem Verhungern befindet, für einen Körper, der langsam stirbt. Die meisten Menschen der zivilisierten Welt befinden sich in diesem Zustand des langsamen Sterbens. Wer daran etwas ändern will, ändert seine Lebens- und Ernährungsweise. Doch zuvor muss die Blutbildungszentrale, also das Verdauungssystem, gründlich gesäubert werden. Übrigens scheint es mir unglaublich logisch zu sein, was Robert O. Young hier herausgefunden hat. Wenn man sich artgerecht ernähren würde, hat unser Schöpfer die perfekte Methode entwickelt. Man ernährt sich, die Nahrung wird im Darm aufgeschlossen und zu neuen Stammzellen umgewandelt. Das ist perfekte Schöpfung. Wir wissen heute, dass im Grunde alle Zellen permanent erneuert werden. Wenn wir den Regeln der göttlichen Schöpfung folgten, wäre das Unsterblichkeit. Sie haben die Wahl. Dr. Young erklärt, Gesundheit ist wirklich eine Wahl. Krankheit genauso. Sie bekommen keinen Krebs, sie machen sich ihren Krebs selbst. Sie bekommen keine Diabetes, sie machen sich Diabetes. Wenn sie krank sind, dann haben sie in der Vergangenheit die falsche Entscheidung getroffen und leiden jetzt unter der Folge dieser falschen Entscheidung. Wenn sie aber Gesundheit, Kraft und Energie wollen, dann müssen sie offenbar eine andere Entscheidung treffen. Sie haben die Wahl. Was die Folgen ihrer Entscheidung angeht, haben sie keine Wahl. Wir können so gesund sein, wie wir wollen. Wir kontrollieren selbst unser Schicksal. Wir können niemanden verantwortlich machen, nicht den Nachbarn, nicht den Partner, niemanden. Persönliche Verantwortung, das ist der Moment, in dem wir wirklich frei sein werden. Wenn wir der Pharmaindustrie, der Schulmedizin, der WHO, Weltgesundheitsorganisation, in die Hände arbeiten, wenn wir tun, was sie uns vorschreiben, wird die Zukunft einen noch viel größeren Holocaust bringen. Wir aber haben längst die Macht, unseren Körper zu reinigen, zu alkalisieren, zu energetisieren und dadurch uns selbst zu heilen.